Ja, das ist genau der Punkt, der mir jetzt auch zwischendurch wieder eingefallen ist, auch dieser allgemeine Begriff von Empowerment, weil ich das zum Beispiel sehr gerne gemacht habe bei Seminaren, jetzt mit Studierenden zum Beispiel, die halt auch online waren die letzten zwei Jahre mittlerweile. Und was ich immer sehr interessant fand, ist auch schon am Anfang die Diskussion in so einem Ja, aber was ist dann irgendwie, Kamera ist aus und Mikro ist aus und man weiß nicht, ob da irgendwie zugehört wird. Und es sind für mich irgendwie zwei Sachen immer wieder bewusst geworden. Also was ich immer gemacht habe, ist für mich einfach dieses Empowerment für quasi die, wie du es auch jetzt erwähnt hast, dass diese Menschen gerne zu diesen Terminen überhaupt kommen. Und da war einerseits für mich in die Gruppe zu fragen, was ist euch am liebsten als Gruppe? Wollen wir alle Kameras ein? Wollen wir alle Kameras aus? Ist es egal? Wie will man sich zu Wort melden können? Nur im Chat oder aufzeigen? Und ich fand das schon mal so einen interessanten Punkt, wo ich dann, ich nehme die Ergebnisse und was dann am Ende hinten dabei rauskommt. Weil wenn es irgendwie 20 Leute sind und irgendwie die Hälfte sagt, ja, ich möchte gerne mit Kamera und die andere Hälfte sagt ohne, dann gibt es kein Ergebnis. Weil dann werden die einen ihre Kamera anhaben. Ich werde nicht quasi mit keiner Mehrzahl, werde ich niemanden zwingen. Aber gleichzeitig ist einfach diese Teilhabe an schon dem Design einer Besprechung schon viel mehr gegeben. Weil dann weiß ich wenigstens, ja okay, ich wurde gehört und okay, ich habe halt meine Gründe, wieso ich es ausschalten möchte. Ja, das ist voll okay. Aber ich weiß zumindest, dass andere werden es einschalten, weil sie gerne so kommunizieren. Und gleichzeitig kommt dann vielleicht der nächste Punkt mit, ich weiß zumindest, wie ich mich dann zu Wort melde. Vielleicht muss ich im Chat was schreiben oder bei den diversen Programmen diese Handhebefunktion quasi anklicken. Und ich bin da trotzdem nicht vergessen. Das heißt, ich möchte schon teilnehmen an dem Meeting, auch wenn ich keine Kamera habe. Und was aber viel, viel wichtiger ist, was ich da so als allgemeinen Empowerment-Punkt sehen würde, ist das, was du jetzt am Ende gesagt hast. Nämlich, man muss dem Menschen einfach klar machen, was es für einen Vorteil bringt, für sie selber in den Besprechungen da zu sein. Also ich gebe dir da voll recht, dass es dann, wenn du es zu weit aufmachst und sagst, ja, ja, das ist feierlich und das hat den und den Grund, dann wird es am Ende bestimmte Menschen geben, die vielleicht, ich weiß gar nicht, in welche Personality-Trade das dann hineinpasst. Ich meine, die sind dann agreeable oder so. Die werden sagen, ja, bin ich gerne dabei. Und eben die andere Hälfte wird sagen, okay, wo ist mein Benefit? Also wenn ich da sowieso nur passiv sozusagen teilnehme, dann, ja, mache ich halt was anderes in der Zeit. Aber wenn man das von Anfang an so kommuniziert, dass man sagt, hey, ihr könnt die Themen bringen, um quasi unseren Bogen ganz zu schlagen zu der Themensammlung. Ihr könnt die Themen bringen und ihr könnt dann entscheiden, welche Themen, welche Probleme wir jetzt vielleicht ansprechen wollen, damit ihr besser arbeitet. Und da ist quasi der große Rahmen, den wir auch immer herausheben, das ist eben die Verantwortung in der Führungskraft, dass dieses ganze Team und die Arbeit sinnvoll läuft, jetzt sehr grob gesagt. Um das vielleicht noch irgendwie plastischer zu machen oder noch direkter, wie wir es auch immer bei anderen Sachen machen, die Aufgabe der Führungskraft ist nicht, den meisten Sprechanteil in einer Besprechung zu haben und dann am Ende die meisten Ergebnisse vorlesen zu können am Ende. Sondern die Aufgabe einer Führungskraft bei einer Besprechung ist, dieses sinnvoll zu planen. Sinnvoll, die Methoden in der Besprechung den Mitarbeitenden zu kommunizieren und drittens auch direkt zu kommunizieren und verständlich zu machen, welche Ergebnisse die Mitarbeitenden zu erwarten haben, nachdem sie teilgenommen haben an der Besprechung. Das ist es, die Rahmensetzung. Es ist vollkommen egal, eben wie viele Minuten man gesprochen hat, jetzt Führungskraft, je mehr, desto schlechter, würde ich fast argumentieren, weil dann heißt das, man hat nicht verstanden, was die Gruppe eigentlich da macht. Dann hättest du auch gleich einen, wie man so schön sagt, einen Screencast aufnehmen können mit deinen Talking Points und den schickst du an die Mitarbeitenden raus. Dann brauche ich ja keine Besprechung. Aber wieder, für mich ist dieses Nuancierte halt so interessant, was eigentlich die Führungskraft von diesem Aktiven zum Passiven gehen muss. Und ich glaube, das fehlt vor allem im Online-Kontext, fehlt das halt unheimlich, weil, wie du es gesagt hast, man kann so viel nebenbei machen. Nur, wenn man jetzt das mal anders denkt und sich überlegt, was ist, wenn ich als Führungskraft genau kommuniziere, was wollen wir bei der Besprechung machen? Wie kannst du beitragen zum Erfolg dieser Besprechung? Dann würde ich fast garantieren, dass da kein Mensch währenddessen sein Müsli isst und sein Slack-Channel offen hat und noch nebenbei irgendwie seine Pflanzen gießt und mit einem Ohr nur mithört und in der Wohnung herumgeht. Sondern da wird eine aktive Partizipation halt auch den Benefit für den Mitarbeitenden bringen, weil ich mir denke, oh, ich kann meine Punkte bringen und das hilft mir dann bei meiner Arbeit. Das heißt, das ist ja ein Win-Win. Und ich glaube, das darf man nicht irgendwie vergessen, nur weil es die Online-Welt ist, dass man da nicht die gleichen sozusagen oder sogar vielleicht mehr Potenziale ausspielen könnte bei solchen Besprechungen.